Am Sonntag ist es soweit. Dann entscheiden die Sachsen, wie der Sächsische Landtag in den kommenden fünf Jahren aussehen wird, wer die Regierung stellen wird und wer die Opposition. Die NPD hat sich festgelegt, sie will auch in den kommenden fünf Jahren eine klare Opposition von rechts sein. Sie wird Druck machen gegen die Staatsregierung. Die NPD hat einen engagierten Wahlkampf geführt. Wir haben ungewöhnliche Mittel eingesetzt und dadurch auch für überdurchschnittliche Aufmerksamkeit für eine relativ kleine Partei wie die NPD gesorgt. Und wir haben den Menschen gezeigt, dass wir ihre Sorgen, ihre Nöte ernst nehmen und sie auch im Wahlkampf und auch darüber hinaus thematisieren werden. Jetzt liegt es in Ihrer Hand. Gehen Sie am Sonntag zur Wahl und wählen Sie mit Ihrer Zweitstimme die Liste 6, die NPD, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Damit es in den kommenden fünf Jahren in Sachsen nicht nur den etablierten Einheitsbrei gibt.